Ich hab irgendwann ein Loch in das Handy reingebrannt. Das muss zersiert werden. Das darf man nicht zeigen. Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird's richtig krass. Heute habe ich zwei Special Guests dabei. Einmal den... Was geht? Und den Leontien! Maman! Leute, check gerne. Ante, Martin hat auch einen eigenen Kanal. Und Leontien und Leontien. Ja! Und du hast deinen eigenen Merch am Start hier, Leute. Jetzt ist der raus. Mit Hand-Signia-Totogramm-Karte. Und Schuhnbeutel, wo ihr jetzt angeblendet seht. Genau, gönnt euch den gerne, Leute. Und heute werden wir verbotene Amazon-Produkte testen. Es wird richtig krass. Verboten? Ja, wir haben richtig leise Sachen. Ich würde sagen, können wir fangen erstmal an? Ja, damit. Genau, so. Was ist das, Morgan? Keine Ahnung, wo. Ich weiß nicht. Ich hab das bestellt. Wer ist dann bestellt? Das haben wir den nächsten Amazon angerufen. Wir sollen einfach eine Käse schicken. Ach so. Mit verbotenen Produkten, die die rausnehmen sollen. Ja. Ich mach das mal auf jetzt hier. Und dann greifen wir einfach rein. Warte mal nicht gucken. Oh, ich kenn das! Alter, du hast halt... Ey, das ist ein Messer einfach. Warte! Ah! Oh, was? Alter! Ey, du hast dich mal geblendet, Bro! Schau mal, wie cool! Oh mein Gott, LOL! Los! Digga, ich dachte, du hast mir im Kopf... Digga, ich dachte mir... Ich dachte, du hast mir ein Messer in den Kopf gerannt. Oh mein Gott. Das tut aber ein bisschen weh. Ey, das ist jetzt verboten, warum das verboten ist. Digga, das ist so... Oh! Das ist ja richtig krass. Lord! Einfach so ein Messer. Digga! Wer ist jetzt dran? Leonti! Leonti, du bist dran? Ich bin das dran bis jetzt, das coolste. Ja, das war krass, ne? Ja. Ich bin, ne? Okay, ich bin das hier. Oh, krass! Was ist das? Sag mal, was da draufsteht. Rundkugel, 100 Stück. Oh mein Gott, Leute, was meint ihr was da drinne? Wow! Warte! Alter, das ist eine Zwille! Was ist ne Zwille? Was ist ne Zwille? Oh mein Gott. Was ist ne Zwille? Oh mein Gott, das ist ne Zwille. Gib die Welle mal rum. Warte, was ist ne Zwille? Warte, was ist ne Zwille? Ey, das ist ja richtig krass. Warte, was ist ne Zwille? Was ist ne Zwille? Ne Zwille ist, da kann man ganz dolle Leute abschießen. So richtig hart. Oh mein Gott. Und richtig gesund. Schaut, das ist schon mal an, das ist ja richtig krass. Warum darf ich dich einmal abschießen? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Die ist ja erst verboten, Jungs. So Leute, ich teste sie jetzt. Anton, nimm mal die Kamera. Ja. Und halt, ich teste sie jetzt. Ey, ich bin jetzt gespannt. Oh! Alter! Alter! Alter, ich schieße jetzt mal da hinten hin. Oh! Digga Leute, die ist da oben auf dem Haus. Ey, ich verstehe schon, dass das Ding ab 18 ist. Wir haben wirklich heute Produkte ab 18 dabei. So Leute, die nächste Sache. Ich packe es jetzt aus. Oh mein Gott. Was? Lol. So was. Oh! Oh! Das muss transiert werden. Ich glaube, das darf man nicht zeigen. Alter! Wir dürfen ja damit schießen. Ich glaube, man darf sich das zeigen auf dem Flug. Leute, ich werde sagen. Ich kann das jetzt nicht zeigen. Du musst das auspacken, bitte. Du musst das abziehen. Oder weißt du das? Bestimmt. Da steht da draus. Achtung! Das ist ein roter Zettel bei. Achtung! Anton, komm, wir müssen ein bisschen weg. Achtung! Achtung! Wenn ihr es sehen dürft, seht ihr es. Wenn nicht, ist es zensiert. Aber hier seht ihr es. Oh mein Gott. Von Amazon gekauft. Wie gesagt, ihr müsst auch nichts verboten zu machen. Wenn ich einfach von Amazon gekauft habe, dann kann ich genau was das hier ist. Das dürft ihr ja sehen. Schreibt in den Kommentaren was das ist. Ich weiß es nicht. Aber echt krass. Was ist das denn? Zeig mal. Oh, so eine Kugel. Oh, Leute. Schaut mal, das ist der Aufbrenner. Ich kenne das. Ich kenne das. Oh mein Gott. Was ist das? Zeig mal. Das ist aber nicht verboten eigentlich. Sicher doch. Vielleicht schon in Berlin. Weil er schwebt ja auch so. Alter, Leute, schaut mal. Ja, ist ja richtig krass. Mach den an. Mach mal. Oh! 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 Er ist weg. Nein! Alter Anton! Nein! Er ist weggeflogen. Was, ich kann mal gucken ob er noch da ist. Ja, Anton hol den mal wieder. Ich hab mal. Hey, ich hab eine Idee. Was? Wollen wir den mal von ganz oben fliegen lassen? Dann hast du bald runter. Warte, vielleicht können wir nach ganz oben aus dem Fenster dann. Leute. Ey, Anton, bist du sicher? Der ist noch verkehrt rum, glaube ich. Leute, wir kommen zum nächsten Produkt. So, das nächste verboten Amazon-Produkt, was wir testen, ist diese Rakete. 60 Meter schießt sie in Luft. Ich würde sagen, ich packe die mal eben aus. So, ich habe die ausgepackt. Hier ist sie. Okay, das ist das geile Ding. Ey, ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal raus und lassen das Ding hier fliegen, ey. Boah, es sind schlechte Regenbedingungen draußen, Leute. Ich würde sagen, ich bin gespannt, wie das Ding abheben wird. Ich muss jetzt erstmal draufstehen. Oh, okay. Let's go. So, oh, oh, oh. Wo fliegt der hin? Oh mein Gott. Oh nein, ich fasse aufs Auto beim Nachbarn drauf. Ja, das war schon krass. Ich würde sagen, komm, wir lassen den nochmal fliegen. Ey, das war schon geil. Lol, das ist das Teil hier. Ey, aber waren das jetzt 60 Meter Höhe oder war das ein bisschen weniger? So, Versuch Nummer 2. Wie gesagt, Anton und Leon, ich stehe noch in zwei Straßen weiter. Die wissen noch nicht, dass ich fertig bin. Jetzt muss ich das kurz unbedingt testen. Okay, bitte auch ab. Oh mein Gott. Oh nein, hab ich fliegt jetzt beim Nachbarn in den Garten. Oh, nicht aufs Auto, nicht aufs Auto, nicht aufs Auto, nicht aufs Auto. Oh. Nein, jetzt ist er weg beim Nachbarn. Das hier. Was ist das? Lol. Lol, Magic Feuer. Magic Feuer? Lol. Oh, ich will auch einen. Wie macht man das denn an? Muss man das anzünden oder was? Ja. Magic Feuer. Oh, ich schau mal so Magic Feuer. Aber wo soll man das machen? Aufs Stein? So, jetzt schauen wir mal, ob der Feuerstein funktioniert. Kannst du mal einen Teller. Und hier ist das Ding. Wie gesagt, das probiere ich jetzt, weil das ist so gefährlich. Das dürfen die beiden nicht. Die können wir hinten zuschauen. So, mal gucken, ob wir jetzt hier Feuer hinkriegen irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwie einen Funk überspringt. So, ein bisschen Papier haben wir hier. Jetzt müssen wir hier rein, theoretisch das Ding. Ich bin jetzt gespannt, wird der uns Feuer bringen oder werden wir damit elendig scheitern? So, mal gucken, ob wir erstmal hier einen Funk hinkriegen. Ist ja schon mal ganz wichtig. Oh, da passiert gar nichts. Oh, lol. Alter, Leute, habt ihr es gesehen? Kannst du den Funken? Kriegen wir erst Papier zum Brennen? Oh, Leute, guck mal. Oh, mein Gott, ist der krass. Wir versuchen das jetzt auf jeden Fall weiter, dass das Papier anfängt zu brennen. Oh, Leute, schaut mal. Ist das angefangen zu brennen? Oh, Leute, es brennt. Oh, mein Gott. Wir haben Papier zum Brennen gebracht mit den Teilen. So, wir versuchen es jetzt nochmal. Wie gesagt, ich habe ja auch einen Freund mit dem Flöschen können, wenn was passiert. Aber ich brenne das Ding jetzt mal. Wie gesagt, machst du auf gar keinen Fall nach, Leute. Wir haben hier gute Aufsicht am Start. Lol. Leute, gebt euch das mal. Oh, mein Gott. Das ist ja geisteskrank, wie das aussieht. Guck dir mal das Feuer an. Boah. Ja, ich muss sagen, das war sehr geil. Kommen wir mal zum nächsten Produkt. Oh, was ist das denn? Leute, schaut mal, das ist das Teil. So, Leotin, fang es aus. Marvin, das Ding ist zum Aufmachen. Das ist richtig gut. Oh, mein Gott. Ein Laserpointer. Ey, Leute, das ist nicht nur irgendein Laserpointer. Das ist der Stecks. Das ist der Stecks Laserpointer. Damit kann man alles beschränken. Warte, sag ich mal. Warte, wir müssen erstmal Warten in den rein machen. Doch, der geht schon. Geht's, hör mal. Oh, ja, Leute, der geht. Hört mal auf, der Pappe hier. Ey, aber ich würde sagen, Laserpointer ist, wenn wir nicht besiegt. Ich glaube, wir machen das heute Nacht. Guck mal, ich blende euch jetzt. Oh, lol. Nein, Digga. Oh, mein Gott. Wir haben ein Loch ins Handy reingebrannt. Oh, mein Gott. Warten, wir müssen das den Leuten mal zeigen. Digga. Was? Da ist wirklich ein Loch. Ey, Leute, schaut mal. Digga, ich habe einmal ein Loch ins Handy reingebrannt. Alter. Oh, mein Gott. Alle mal Ripp in die Kommentare. Das Ding ist zu krass. Bloß weg damit. No way. Ich liebe einfach ein Loch ins Handy. Ja, toll. So, jetzt bin ich dran. So, ich habe das hier. Hey, lol. Einfach Zigaretten. Das sind Fake-Zigaretten. Die ist Fake-Zigaretten. Warte. Ja, die wollen mit deiner Mutter damit pranken. Ja. Nein, die ist nicht Mutter pranken. Ey, Leute, schaut mal. Oh, lol. Kann ich auch einmal ein? Nein, lieber nicht. Ich brauche gerade eine Zigarette, Leute. Geistenkrank. Hey, Mario, du Enkeliger. Ja, chill mal. Bloß weg mit der Scheiße. Ey, Leute, das ist natürlich Fake-Zigaretten, deswegen, die kann es natürlich nur Papier. Bloß weg mit der Scheiße. So, wer ist jetzt dran? Ich. Oh, lol. Oh, mein Gott. Ey, da musst du auch jetzt wirklich aufpassen. Geht sicher. Halt. Oh, ich weiß, was das ist. Leute, zeig uns mal kurz. Das ist ja klar. Ihr nehmt, was draufsteht. Warte, Anton, mach es auf. Setz dich hin. Achso, ich weiß, was das ist. Ich habe das mal getestet. Oh, oh. Ah, ich habe das gemacht. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Pack es mal aus, Anton. What? Hast du dich erschreckt? Alter, guck mal. Oh, mein Gott. Lass mal das. Ey, guck nicht. Alter, Alter, sei ehrlich. Das hat auch echt, echt die Hünste. Ey, sei ehrlich, du hast dich voll erschreckt, ne? Sei ehrlich. Sei ehrlich, hast du dich erschreckt? Ey, Leute, das ist doch nicht verboten, weil es hätte ja auch, zum Beispiel, man kann es ja auch ins Auge kriegen oder so, wenn man irgendwie das aufmacht. Deswegen lieber wegpacken, aufpassen, nächste Sache. So, Leute, nächste Sache. Lol. 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 Oh, mein Gott, Spiderman. Oh, mein Gott. Aufreißen. Ey, ich bin dran. Aufreißen. Aufreißen. Warte, ich bin, oh mein Gott. Du bist ja Spiderman. 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 Aber wieso ist das denn jetzt verboten? Schieß mal. Oh. Das ist ja richtig krass. Ey, ist geil. Komm, wir machen weiter, nächstes Produkt. Ja. So, Leute, nächste Sache. Hä? Hä? Was, was ist das? Oh, mein Gott. Hä? Oh, mein Gott. Ja. Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Hä? Das ist eine für Bärenabwehr irgendwie. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist ein Feuerstein. Was? Ey, damit können wir auch dieses Ding da testen. Ey, das müssen wir heute Abend auch mal testen, Leute. Wir können die Zigaretten damit anzünden. Das ist einfach ein Feuerstein. Wir müssen nachher mal gucken, wie das funktioniert. Einfach ein Feuerstein. Toll, wir haben damit. Du musst das, das, guck mal da hinein. Du musst das so machen. Komm, warte, Anton, wie kommst du drauf? Warte, warte, warte. Ja, wir machen das mal später, wenn es dunkel ist, Leute. Ey, Marvin, du kannst das mit dem Regenbogenfeuer machen. So, Anton. Ja, mit dem Regenbogenfeuer. Jetzt haben wir noch eine Sache. Ey, es ist einfach nur so ein Greenscreen. Wie ist das? Damit kann man unsichtbar werden. Ey, Leute, das ist einfach eine Unsichtbarkeit. Guck mal, ich zeig euch das mal. Anton, lass mal stehen. Anton, ich schmeiß das zu, dann bist du auf einmal weg. Ist bereit? Ja. Leute, pass auf, gleich ist Anton weg. Und? Leute, Anton ist einfach weg. Aber der Oma ist doch da. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Nee, lieber nicht mehr. Anton, das habe ich dir kannst auch mitnehmen, Herr Leontien. Leute, Anton ist einfach weg. Oh mein Gott. Bro, es ist komplett eskel. Ich hoffe, der ist gerade wieder. Setz dich mal hin. So, jetzt habe ich noch eine letzte Sache, weil hier, glaube ich, drin ist. Anton ist einfach weg. So, Leontien, das darfst du auspacken. Okay. Ja. Oh mein Gott, warte mal. Was ist das? Du kotzt das. Warte mal, was macht man damit? Das benutzt man im Filmen. Warte, warte mal. Lol, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist richtig krass. Ey, Leute, ich habe jetzt die Idee. Ich habe ja noch die Gronen-Oma hier. Ich will, dass Anton jetzt wiederkommt. Komm, ich schaue mir jetzt Anton der Appar ein. Oh, Alter, Anton ist wieder da. Was ist das machen? Ey, Leute, jetzt Leontien weg. Das ist nur eine Flasche. Alter. Ey, ich glaube, ich habe hier nicht. Oh, dieses Teil ist verflucht. Das ist mit dem Ding. So, ey, Anton, weißt du, was es ist? Hm? Ey, das ist richtig krass. Will ich mir mal lecken? Nee, auf gar keinen Fall. So, Anton, das ist eine Flasche, ne? Was ich damit machen kann? Hm? Wolltest du mal auf deinen Kopf hauen? Ja. Ey, das ist richtig krass, Leute. Ich hoppen selber. Da kann man so. Aber Mami, ich will nicht sterben. Nein, nein. Nein, ich will nicht sterben. Rede ich mal um, Anton? Guck mal, Leute. Mach mal so. Bam! Sehr ehrlich, hat es wie getan? Oh, Gott, nein. Digga, das ist richtig krass. Einfach so Kunst-Dings, eine Kunstflasche. Ey, das ist richtig geil. Ey, Leute, das ist zu krass. Schreibt mal die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, ich würde sagen, sag ehrlich, fandest du das krass gerade? Ja. Digga, man denkt, das wäre wie so eine Flasche einpackt. Die, aber das kann man natürlich, ist echt, ist so für, wie ihr dreht. Morgen, was ist das? Ja, es ist so Kunst-Zeus, so Kunst, äh, weiß ich auch nicht. Nicht essen? Nee. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Lasst ein Fettnummer noch oben da. Kostellos Abo. Checkt auch mit Ego's ab. Und ciao. Tschüss. Tschüss.